Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Leech of Legends und zwar spielen wir ein Aram. Mit dabei habe ich den Silent Hunter. Schönen guten Abend. Und Silent Hunter ist erst Stufe 5. Also nicht wundern, wenn er sich, ja sagen wir, nubiger als nubig überhaupt benimmt. Ich weiß, dass wir ein Arthrox spielen. Wir spielen Arthrox. Auf Vayne solltet ihr nicht achten. Ich bin Silent Hunter. Ach du Scheiße, Alter. Wenn ihr auf Vayne guckt, dann lacht ihr oder ihr weint, weil es so schlecht ist. Wir spielen gegen Rhyse, Garen, Mundo, Leona und Diana. Und ich werde total mega genervt. Kumpelblasen. Hey, wake up. Äh, Alter. Ich werde dich wehren, wie der Kräger. Oh. Ach, du eine. Alter, jetzt stupst der mich auch noch an. Na, den Kumpelblasen meint, es nerven zu müssen, weil er noch weiter hat. Oh. Oh, oh. Erstes Blut, das war wohl ich. Ja. War nicht toll von dir. Egal. Ja, Ron, was denkst du? Was glaubst du denn von mir? Sie lehren euch wie Henry. Klar, du wirst ja denkst du schon mega komisch sein. Ich? Ja. Nein. Like a challenge auf Stufe 5 oder was. Ja, klar. Deck mir die Klöten, Digga. Guck mal, ich bin schon Stufe 3. Ja, ja, ich bin da schon wieder tot. Häng mich am Arsch. Du solltest mal aufpassen, dass ich immer so einfach in die Karte. Lass mich in Ruhe. Kann man immer auch einen Schaden geben oder was? Erstmal einen Kick stehlen. Du bist aber auch ein schlechter Team-Mate. Ich bin ja noch nicht mehr. Das war ein bisschen mit der Weh von Atom. Nein, ich will das nicht mehr. Weiter wieder mal spielen. Ich will mich nicht kuscheln. Sie lehren euch wie in den Empfangs. Und nochmal Kisten. Hier, guck mal, ich mach's schon besser. Hier, guck, ich sterb schon wieder nicht mehr. Erstmal stopp ich hier schon. Den Turm jetzt. Ganz in den Alten und Schlau hab ich das gesagt. Höh, das sind dumme Huren. Warte, 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 scheiße, scheiße. Ey, ich hab lange gehalten, ja. Ich hab's auch noch mal eine Passive, aber die hab ich grad keine Lust. Aber ich hab's auch noch nicht. Äh, mal erzähl mal. Was kann ich mir gut kaufen? Spitzhackel. 25 Angriffsschaden plus. Nehmen wir das. Von. Was? Was soll ich mir kaufen? Yay! aber auch gestorben aber alter ich bin ein idiot ich hoffe immer doppelt wir kommen uns denn als erstes ich habe aber die Ich weiß nicht, was in den Herzen der Menschen lauert. Ich halte mich zurück. Ich habe meine Ulti jetzt gar nichts gebracht. Aua, 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 Aua. Das war ein bisschen fähig. Ja, das haben wir jetzt nicht mehr. Habe ich jemanden getwittet? Nein, schon, das habe ich niemanden getwittet. Ja, Varos tötet sich nicht. Varos geht auf Leona an. Hab ich jemanden getwittet? Jo, Jo, Jo. Ja, jetzt hast du jemanden getwittet. Ja, ich bin geil. Ich habe Soul Reaper getwittet. Simon hat jemand getwittet. Mein Gott, Alter, Premiere. Das auch noch in der Aufnahme, Digga. Das läuft ja bei mir. Läuft super, wenn ich jetzt muss. Boah, ich habe schon wieder jemanden getwittet. Bin ich gut, oder was? Wahrscheinlich alle Skills tun. Friede! Und die ja Skills sind. Er kann nicht so haben. Da ist jetzt hier sogar ein Haufen drauf, doch. Nein, geh weg! Ich weiß nicht, warum ich am Anfang so schlecht war. Ich habe auch dein Charakter gearbeitet. Ach wird. Ja, mein Charakter kann es auch ganz toll mit Rangeln. Ich bin größer und ich habe diese komische Fetzen weiter auseinander als dein komischer Rock. Ja, und ich dachte, das wäre ja trotzdem zu mir, weil du immer dann geschlagen hast, wenn ich gekickt habe. Ja, ich habe gleich wieder meine Ulti. Ich habe gleich wieder meine Ulti. Ich werde gleich wieder. Erstmal wieder ziellos rein. Boah! Jetzt ist ganz andersrum. Jetzt bin ich wieder gestorben. Ich mache aber nichts. Ich habe wieder meine Ulti. Warte, ich komme, wenn wir uns zielen, bitte. Ich habe wieder eine Hörter. Auch nochmal. Nein. Kann sein, dass wir wieder zurückkehren. Warte, ich bin gleich wieder da. Ja, das bringt uns bestimmt sehr viel, dass du vielleicht wieder da bist. Ja, weil ich eine Ulti habe. Warte, ich bin gleich wieder da. Ein Wielfischung des Sires. Quatsch, Free Kill, Alter. War noch kein. warte, warte, warte guck mal was ich kann, warte, 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 also ganz toll ich hab meine ulti wieder, also, äh meine passive meine ulti dauert noch ein bisschen hab ich gerade eingesetzt hat auch ordentlich damage gemacht oh cool und, oh, mein leben kam's weg warte, ich schon seit dem ziehen ich da oh da, 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 steeln, 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 steeln ha! geiße, nein, du hast mir den gespielt, den ich spielen wollte du hast gemobt, ist eigentlich muge haha, du hast es gemobt, und wodurch ich habe mir gerade nur so gedacht, what the fuck mach ich da Warte, was haben wir denn an Gegnern? Wir haben AP, AD, Tank. AP, AP. Alle Krieger werden in Blut geboren. So, mal gucken, was da hinten los ist. Oh, oh, fuck, 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 oh, das war's dann wieder. Diese Kack-Mundo-Passive oder Old oder was auch immer das ist. Ist wirklich so, ne? Brauche ich Magier-Resistenz? Ja, gegen die Gegner schon. Gut. Ich weiß, also, als ADC halt nicht so, aber egal. Es war da auch ein bisschen Angriffsschaden dabei, also ein bisschen Damage. Oh, ich sollte mal wieder zurückkommen. Oh, ich, ne, ich hab meine Rutsche noch. Ah, wer haben denn noch? Hey, dann darf mal weiter. So, sorry, wenn ich das jetzt zu spät mach, aber ich hab's klappt so gut in mir. Was denn? Ich hab den Sorten auch nicht so leicht hergestellt. Okay. Erstmal den E-Hauptmann hat. Nee, du. Nee, du. Hauptsache den Kill-Langstern. So, ja, mit meiner Ulti. Oh, ich hab in 14 Sekunden wieder meine Passive. Kann Garen dann da hinten rum, der soll mal rauskommen, der ist dummerschwacht. Dann können wir ne Runde tanzen. Also, die Gegner sind nicht ganz so intelent. Nicht so intelent und genital wie wir. Ja. Das werden auf jeden Fall keine Decktive. What the fuck, war das? Was denn? Aua, aua, aua. Einfach nicht. Einfach nicht. Wir hatten so einen 20- Oh. Barus, Alter, 28 ist es. Barus macht ne 3-Fabrater. Wir haben nur 3 Sekunden, bis der Geld wieder da ist. Riesenschwert kaufen, wa? 2 Sekunden. Hab ich getan. Hab ich getan. Dann wollen wir mal. Ah, nein. Hat schon irgendwer auf mir rumgehatet, weil ich zu schlecht bin? Äh, nee. Dann läuft das ja. Gucken deine Stuts. Ja, okay. Das ist ein 3-6. Ist nicht ganz so... Auch nicht so schlecht wie sonst. Nee, das ist schon... Boah. So, da sind wir wieder. Ich hab grad ausgesinnt auf mein Zweigbildschirm. Bin ich irgendwie raufgekommen. Keine Ahnung, wie. Aber egal. Ist ja nicht viel passiert. Ich weiß, was in den Helden war. Ey, den hast du mir gestealt. Ich hab' mit jedem Platz. Sollte für lange warten. Äh. Fliege werden in Blut geboten. So. Dann wollen wir mal. Ich hab eine höhere Leiste, als sie mit der Mischmannschaft übersehen. Sollen die mich hier in Ruhe lassen? Okay, das war jetzt wohl zu voreilig. Egal. Warte, warte. Warte. Tag. Und wir uns jetzt noch... Oh, voll. Gigi. Das hab ich eben schnell gemacht. Oh. Gigi. So, damit hat der Silent Hunter sogar eben das Game für uns gewonnen. Ich hab das Game eben schnell gewonnen. Oh mein Gott. Gigi, würde ich sagen, von einem Loop besiegt. Gigi. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Oh mein Gott, Alter. Will der Silent Hunter noch was sagen? Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ebenso. Und dann sieht's sich. Ciao.